Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch schon, dass ihr da seid. Vielen Dank fürs Einschalten. Ja, ihr habt den Titel richtig gesehen, wir machen dieses Video dieses Jahr ein bisschen früher. Und ja, ich habe Sonnenbrand, falls man das sieht, I don't know. Ich wurde angeschrieben von wegen, hey, du hast doch letztes Jahr alle Spiele einfach einmal ganz schnell durchgetippt, ohne zu viel drüber nachzudenken. Und jetzt, wo der Schedule raus ist, vielleicht willst du das ja nochmal machen. Ist eine gute Idee, ihr könnt mir sowas übrigens gerne mal schreiben, weil es kann gut sein, dass ich letztes Jahr gute Ideen hatte für Videos und das bis jetzt vergessen habe. Letztes Jahr habe ich es deutlich später gemacht, also es ist jetzt ungefähr acht Monate her, neun Monate her. Also wird es relativ kurz vor der Preseason gewesen sein, nehme ich an. Ich mache es einfach jetzt schon. Draft ist relativ frisch, wir wissen natürlich noch nicht, wer sich eventuell im Sommer verletzt und sowas. Klopfe auf Holz hoffentlich niemand. Aber ganz zur Not, wisst ihr was, sage ich ehrlich, mache ich es einfach nochmal kurz vor der Saison. Wir tippen jetzt auf jeden Fall alle Spiele der Saison durch und gucken dann, wer am Ende gut dasteht. Alright, wir sind wieder hier beim Playoff-Predictor. Es ist natürlich ein bisschen merkwürdig, dass es der Playoff-Predictor ist und wir sind ganz am Anfang. Aber um fair zu sein, wir tippen die ganze Regular Season durch und damit predikten wir halt irgendwo die Playoffs. So, ihr seht, wir können hier immer sagen, dass es unentschieden wird oder wer davon gewinnt. Hier tippe ich mal direkt auf die Codes. Hier sage ich Bengals gewinnen, neuer Quarterback und so, die müssen sich erst ein bisschen finden. Egal ob es Strabisky ist oder Pickett. So, wie gesagt, ich versuche gar nicht zu viel drüber nachzudenken und Dinge zu zerdenken. Aber hier zum Beispiel, das ist einfach ein Gefühl. Das ist ein Gefühl, dass die Dolphins im ersten Spiel gegen die Patriots gewinnen und dann alle direkt wieder aus den Löchern kommen. Von wegen, oh, die Patriots sind vorbei und die Dolphins sind krass und höh, zu gut. Hier, da weiß ich auch nicht, ob die Rams vielleicht langsam rauskommen. Bisschen Superbowl-Hangover, die Bills sind bestimmt sauer. Sagen wir mal Bills. Football-Team, oh, Commanders, my bad, Commanders. Letztes Jahr übrigens, ich habe die Bengals 1,16 getippt, das war natürlich sehr crazy. So, wir, das kommt drauf an, wer spielt, ne? Aber sagen wir mal, sagen wir mal, Deshaun spielt. So, das direkt am ersten Spieltag, das ist ein Kracher, da habe ich Bock drauf. Ich sage, hier passiert das gleiche wie bei den Dolphins. Alle reagieren über. Aber hier packen wir, oh, Russell Wilson, direkte Revenge-Game. Am Tuesday, Tuesday? Hm, vielleicht ist es unser Tuesday. Ne, kann eigentlich sein, weil dann müsste hier Monday stehen. Das ist ja merkwürdig. Na egal, ist mir egal. So, ähm, 49ers, Eagles, äh, so, Jameis, ja, Saints, komm, zack, hier, und den hier. So, Brady verliert direkt sein erstes Spiel, ich sag's euch. Okay, wir gehen eine Woche weiter. Next. Okay, gucken wir mal, ja, okay, jetzt können wir noch nicht wirklich viele Schlüsse ziehen. Ähm, uh, mir ist jetzt gerade erst aufgefallen, das ist mir letztes Jahr bestimmt auch voll spät aufgefallen. Links sind AFC-Inter-Conference-Games, rechts sind NFC-Inter-Conference-Games und hier sind welche, die zwischen den beiden Conferences sind. Interessant. Okay. Äh, uh, 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 nee, Freitag. Ja, okay, gut, dann sind das unsere Zeitzonen. Ähm. Hier. Der hier, der hier, der hier, der hier, die Jets gewinnen, ich sag's euch. Äh, Ravens gewinnen, Broncos gewinnen, Bills gewinnen, Cardinals gewinnen, Cowboys gewinnen. Ähm, hier ist jetzt Temper Tom am Start, auch wenn die Saints natürlich ein bisschen, äh, äh, schweres Matchup sind, aber trotzdem. Hier gewinnen die Giants, hier gewinnen wir, hier gewinnen die Rams, hier gewinnen die 49ers, hier gewinnen die Packers und hier gewinnen die Eagles nochmal? Nein. Hier gewinnen die Vikings. Okay, weiter geht's. Wir gucken mal vielleicht nach Woche 5 oder so ein bisschen Zwischenergebnisse. Ähm, wir machen weiter, hier gewinnen die Browns nochmal, die Titans, jetzt gewinnen die Patriots auch mal, die Bengals gewinnen hier, das ist ein Chiefs-Spiel, wisst ihr was? Ja, doch, das ist ein Chiefs-Spiel. Na, ist das ein Mad-Ryne-Dream? Äh, nee, das ist ein Chiefs-Spiel. Äh, hier gewinnen die Bills, hier gewinnen die Chargers. Ach, ich hab langsam schon, ich hab schon wieder so ein Gefühl, dass ich hier manche Teams sehr, 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 sehr gut einschätzen werde. Ähm. Hm, Bears, Broncos, Vikings, Eagles, Saints, Hawks, Hawks, äh, wei, 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 Cardinals und alle. Oh nein, die Rams sind 1-2, Superbowl-Hangover, da, 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 Aaron Rodgers. Ähm, und die blöden Cowboys. Weiter geht's. So, wir sind Woche 4, hier gewinnen die Dolphins, hier gewinnen die Chargers, hier gewinnen die Titans, hier gewinnen die Colts, ähm, hier gewinnen die Bills, die Jets gewinnen und die Steelers haben richtig, obwohl, die Steelers, die finden es zu gut für die Jets. Ähm, Broncos, Browns, Eagles, Eagles, Jaguars, wisst ihr was? Jaguars gewinnen. Ähm, Packers, Chiefs. Oh, Saints gegen Vikings ist irgendwie in meinem Kopf direkt ein geiles Matchup. Sagen wir mal, I don't know, die Saints gewinnen. Ähm, hier stolpern die Cowboys, hier gewinnen die Lions, hier gewinnen die Giants, da gewinnen die Cardinals und hier unten gewinnen die Rams. Auch wenn Rams vor den Niners die letzten Jahre ein bisschen ein Angstgegner waren, ne. So, fünfte Woche tippen wir noch durch. Hier gewinnen die Broncos. Hier gew- hab ich die Bronco? Uh, damn, die Broncos. Hier gewinnen die Jets. Jetzt erwartet man's nicht, aber da gewinnen die Steelers das erste Mal. Die fangen nämlich- ach, ne, die haben schon gewonnen. Dann gewinnen hier die Bills. My bad. Hier gewinnen die Jaguars. Äh, die Browns schlagen die Chargers, weil der Sean Watson spielt bei mir. Ähm, hier gewinnen die Bengals. Und hier gewinnen die... Alter, Moment mal, haben die schon zweimal gegeneinander gespielt? Oder bin ich lost gerade? Kann ja nicht sein, Woche 5. Ne. Hier gewinnen die Patriots. Und hier gewinnen die Titans. Packers. Ähm, 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 Vikings. Saints, Bucks, Niners, Rams, Cardinals. Cardinals? Eagles? Eagles. So, weiter. Und jetzt gucken wir uns mal an. Okay, wie viele ungeschlagene Teams haben wir noch? Eins, zwei, drei. Drei. Ja. Teams ohne Sieg. Raiders. Uh, Raiders. Die Raiders-Fans werden nicht happy sein. Äh, ähm, 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 uh, die Raiders. Raiders haben Davonte Adams. Das hab ich ein bisschen vergessen. Egal. Macht nichts. Falcons 05 und Panthers 05. Das ist natürlich crazy. Aber egal. So. Gewinnen. 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 Wer gewinnt hier? Die gewinnen. Die gewinnen. Uh, Wink Martin, der Revenge Game. Die gewinnen. Huh. Weil Wink Martin, der genau weiß, was er gegen Le Mar machen muss, sage ich. Äh, hier gewinnen die Bugs. Hier gewinnen auf einmal die Dolphins. Weil den, den Vikings muss man immer zwischendurch einfach mal Niederlagen reinzimmern, wo man eigentlich denkt, hm, weil die Vikings einfach ausrutschen werden. Selbst mit meinem Coaching Staff und so, das ist einfach die Entität der Vikings in meinem Kopf. Commanders. Falcons gewinnen hier auf einmal. So, zack. Der hier. Next. Siehst du, da haben wir doch den ersten Sieg für die Raiders direkt mal. Äh, Titans kommen ausgeruht raus. Ravens gewinnen hier. Broncos gewinnen da. Hm, Steelers gewinnen hier. So, so. Obwohl. Hm? Nee. Das ist ein geiles Spiel, da habe ich Bock drauf. Sagen wir mal die gewinnen. Zack. Habe ich die Bärs noch sieglos? Nee, 1-6. Okay. Zack. Zack. Oder? Jameis? Patz Jameis gegen die Cardinals? Nein. Hier und da. Oh Gott, alter. Panthers. Oh, weia. Ähm. Die Bronkenmänner gewinnen. Die Patriots gewinnen. Hm. I don't know. I don't know. I don't know. Das ist schon Watson spielt. Hier gewinnen die Bucks. Hier gewinnen. Wisst ihr was? Das ist ein Spiel, was die Raiders gewinnen. Das sehe ich. Die sind ausgeruht und das sind die Steelers. Uh. Steelers, aber Rookie Quarterback ist wahrscheinlich bei dem Zeitpunkt. Zu dem Zeitpunkt. Oder Trubisky Quarterback zu dem Zeitpunkt. Eagles gewinnen. Das ist ein Lions-Sieg. Keine Ahnung warum. Fühlt sich einfach so an. Zack. Und bumm. So. So. Vikings kommen ausgeruht. Ja. Das ist der erste Sieg für die Panthers. Let's go. Hier gewinnen die Giants. Und hier gewinnen die ausgeruhten. Ne, wisst ihr was? Die können nicht zweimal gegen die Fowling Niners gewinnen. Das ist Quatsch. Die tun sich immer schwer gegen die Fowling Niners. So. Colts gewinnen. Ich glaube, ich habe die Colts echt gewusst. Wo sind die? Oh, ne. 6-3. Das geht voll. Jets gewinnen gegen die Bills. Auf einmal. Keiner weiß warum. Aber erste Niederlage für die Bills. In der Division. Gegen die Jets. Salah hat es gemacht. So. Die stolpern, sage ich. Hier gewinnen die Raiders. Hier gewinnen die Chiefs, die ausgeruht sind. Hier gewinnen die Eagles. Hier gewinnen die Dolphins. Bears nach wie vor nur einen Sieg. Bengals. Chargers. Sains. Packers. Vikings. Cardinals. Rams. Rams. All right. Ausgeruhter Russell Wilson gegen Derrick Henry. Broncos. Ausgeruhte Steelers. Save. Das ist so ein Spiel, wo ich Jameis dreimal fumble sehe oder so. Keine Ahnung. Bills gewinnen. Habe ich die Bills schon? Ja, die Bills. Ah, stimmt. Die haben gegen die Jets verloren gerade. Ist irgendwer noch ungeschlagen? Ne, ne. Texans sind noch sieglos. Auweia. Die haben jeweils nur einen. Hawks haben nur einen. Bears haben nur einen. Ich falle mal ein bisschen sehr in die Extreme aus, habe ich das Gefühl. Ich glaube, ich muss mehr Ausrutsche einprogrammieren. So, die gewinnen beide Spiele gegen die Falcons. Wir gewinnen gegen die Bears. Ich weiß auch nicht, ob das schon unser zweites ist gegen die Bears. Egal, wir verlieren das gegen die Bears. Falls noch eins kommt, dann gewinnen wir das. Die Bucks gewinnen. Die Rams stolpern. Die Packers stolpern. Und die Eagles gewinnen. So, weiter. Wir sind Woche 11 inzwischen schon übrigens. Beide ausgeruht. Patriots gewinnen. Bills gewinnen. Devontae Adams gewinnt. Chiefs. Bengals ausgeruht. Oh, ja. Bengals gewinnen. Come on. Green Bay. Obwohl. Wären die kaputt gerannt. Wer weiß. Hier gewinnen auf einmal die Texans. Keiner weiß warum. Das Ding machen... Ne, das Fumble in die Coles. Ravens ausgeruht. Saints haben die Nummer von den Rams. Fabrice und mein Grudge Match. Wir wetten drauf. Fabrice hat letztes Mal übrigens, als wir gegeneinander gespielt haben, haben die Lions gewonnen. Oder? Ich glaube. Auf jeden Fall schuldet Fabrice mir noch einen Wetteinsatz von dem letzten Spiel. Ich sage aber, dieses Mal gewinnen die Giants. Obwohl. Wisst ihr was? Wir gewinnen. Die Fakins gewinnen gegen die Bärs? Ne, die Bärs gewinnen. Die Vikings verlieren und die 49ers gewinnen. So. Nächste Woche. Titans. Dolphins. Ravens. Colts. Bills. Vikings auf einmal. Jets. Broncos. Browns. Raiders. Chargers. Rams. Cowboys. Commanders. Saints, I guess. und Packers. Die Packers sind 10-2. Ist ja eklig, ey. Und die Lions sind 0-3 in der Division. Okay, dann hatten wir vorhin noch nicht gegen die Bärs gespielt. Oder? Ich habe mir jetzt aus Versehen zwei Bärs-Niederlagen reingehauen. Aber ich glaube, wir hatten jeden einmal bisher. So. Bills gewinnen. Browns gewinnen. Ravens gewinnen. Chargers gewinnen. Chiefs gewinnen. Jets gewinnen das Ding. Die kommen langsam ins Rollen. Wir gewinnen. Wir scheinen gar nicht so einen krass schweren Schedule zu haben, wenn ich ehrlich bin. Weil ich bin nicht so krass optimistisch. Und wir sind schon 5-7. Übrigens, bevor ihr mir unterstellt, dass ich zu optimistisch bin für die Lions. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Ich habe den letztes Jahr 2-15 getippt. Und eigentlich waren wir 3-13-1, glaube ich. Oder 3-14-1 von beiden. Haben wir Unentschieden gespielt letztes Jahr? Ja, aber ich habe vergessen gegen wen. Never mind. Die Steelers gewinnen das Ding, die Titans gewinnen das Ding, die Dolphins gewinnen das Ding, die Cowboys gewinnen das. Nicht, die Coles gewinnen das. Hm. Hm. Ne. Hm. Vertrauen mit Wink Martindale. Zack. Und zack. Weiter geht's. Woche 14. Wir sind schon Mitte Dezember jetzt langsam. Titans gewinnen das. Bills gewinnen das. Die verlieren nicht zweimal gegen die Jets. Browns gewinnen das. Steelers gewinnen das. Chargers gewinnen das. Chiefs gewinnen das. So. Ich hatte das Gefühl, das hatten wir schon mal. Egal. Das ist ein hier. Das ist ein. Das ist ein. Das ist ein. Das ist ein da. Das zweite. Ah, die Vikings fummeln eins gegen uns. Ich sag's euch. Ich sag's euch. Ich sag euch, die schenken uns eins. ähm, hier gewinnen die Eagles. Hier gewinnen, wisst ihr was? Nein, hier gewinnen die Giants. Hier gewinnen die 49ers. Und hier gewinnen die Panthers. Gewinnen hier die Hawks? Ach, es gewinnen die Hawks. Ja, es gewinnen die Hawks. So. Nächste Woche. Zack. Um mal die ganze Division wieder spannend zu machen. Das gewinnen die Dolphins auf einmal. Überraschenderweise. Hier sind es trotzdem die Chiefs. Hier sind es die Chargers. Hier sind es die Raiders. Hier sind es die Colts. Was machen wir mit dem Ding? Steelers, wa? Ja. Hier. Ne, wisst du was? Das ist so ein Spiel, wo Dallas dann auf einmal Quatsche spielt. Äh, das gewinnen die Jets. Das. Das gewinnt Denver, I guess. Denver. Boah, die AFC West ist so eklig gut, ey. Okay, ähm, das gewinnen die Bengals. Hier gewinnen die Nile. Äh, da gewinnen die Hawks. Ähm, ausgeruhte Sains. Commanders. Bears gewinnen mal wieder eins. Und Stafford. Schluck auf. Ähm, ähm, mhm, mhm. Wie viele haben die Jagos? Alter, die Jagos haben drei bei mir. Oh, interessant. Die, ähm, naja. So. Äh, ich glaube, die All-Line ist nicht gut genug Stand jetzt. Machen wir den. Ähm, Bills, Chiefs, Ravens. Oh, das ist auch ein geiles Spiel, da habe ich Bock drauf. Sagen wir mal, Browns, Packers, Broncos, Vikings, Lions. Sieben, acht, irgendwie habe ich das Gefühl, das ist ein bisschen zu optimistisch. Aber, naja, egal, machen wir mal weiter erst mal. Hier gewinnen die 49ers, hier gewinnen die Cowboys und hier gewinnen die Buccaneers. So. Weiter geht's. Woche 17. Vorletzte Woche. Hm. Die, erst mal gewinnen die Lions, so. Und damit sind wir Zweiter in der Division, das kann aber nicht so bleiben. Egal. Hier sind die, hm, oder? Nein. Hier gewinnen die Texans, Ravens, Dolphins, Bills, Titans, Browns, Colts, Raiders. Obwohl, 49ers hatten Devontae Adams immer ganz gut umgriffen, aber das ist ein anderes System. Und ich glaube nicht, dass die Hunter Renfro und Devontae Adams, sagen wir mal so. Äh, Jets gewinnen, hm, nein. Die Hawks gewinnen das. Hier gewinnen, uh, LA Battle, geil. Ähm. Rams. Okay, letzte Woche. Und dann gucken wir mal, wie die Playoffs aussehen. Weiter geht's. Die letzte Woche. Worum geht's hier noch? Okay, die sind sowieso raus. Für die geht's noch um was. Zack. 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 Hm. 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 So, wer von euch beiden gewinnt? Cardinals gewinnen. Die Rams gewinnen. Die Packers gewinnen. Die Vikings gewinnen. Die Saints gewinnen. Die Giants gewinnen. Gewinnen die Giants? Ja, die Giants gewinnen. Die Cowboys gewinnen. Und die Buccaneers gewinnen. So. Jetzt gucken wir mal nächste Woche. Okay, jetzt haben wir das schon alles. Wollen wir erstmal die Divisions durch? Ne, komm mal. Wir gucken uns an, wer in den Playoffs ist. Also. Wir haben Chiefs gegen... Warte mal ganz kurz. Du kannst das so einfach angucken. Ja, okay. Wir haben Chiefs gegen Colts. Broncos gegen Chargers. Divisional Game. Und dann Titans. Titans sind sieben nur reingekommen. Der. Titans gegen Browns. Knapp nicht reingekommen. Sind die Ravens. Die Dolphins. Die Bengals. Okay. Auf der anderen Seite haben wir die Cardinals gegen die Rams. Division. Die Niners gegen die Cowboys. Matchup vom letzten Jahr. Und die Buccaneers gegen die Saints. Also nochmal Division. Und knapp nicht reingekommen sind die Giants. Die Vikings. Die Lions. Und die Eagles. Okay. Stellen wir mal Division wieder aus. Dann können wir hier mal durchgucken. Was hier sonst noch so passiert. Die Bills sind das beste Team in der AFC. Und die Packers sind das beste Team in der NFC. Kann ich mir beides vorstellen. Gerade wenn die Packers 6-0 durch die Division durchreiten. 9-8. Ja, okay. 9-8. 7-10 für Patriots. Wäre schon ein bisschen böse. Ich glaube ansonsten 9-8 für die Dolphins wäre okay. Vermutlich nicht das, was man sich erhofft. Aber gut. Und 7-10 für die Jets. Ich glaube, das würden die nehmen. 13-4. Vielleicht habe ich die Browns wieder ein bisschen überhypt. Wer weiß. Und 7-10 unter Tomlin wäre crazy. Aber halt wirklich die Quarterback-Frage ungeklärt. 1-5 in der Division ist auch bitter. Mal gucken. Drei Winning-Teams hier. Zwei sehr gute. 1-5. Ich habe die Broncos. Okay. Deswegen sind die Broncos nicht. Doch, die sind reingekommen, wa? Ja, die sind reingekommen. Drei Teams aus der Division. Damn boy. Okay, aber 1-5 in der Division gehen ist heftig. Okay, ich habe die beiden. 5-1-5-1-1-5-1-5. Okay, genau wie hier. Colts. Jaguars 3-14. Texans 2-15. Kann ich beides kommen sehen. Es sei denn, Trevor Lawrence macht einen dicken Schritt nach vorne. Dann stimmen die Dreisäge hier auf gar keinen Fall. Packers kann ich mir genauso vorstellen am Ende. Vikings werden vermutlich einen Ticken besser sein. Lions vermutlich einen Ticken schlechter. Bears vermutlich auch besser. Ich glaube, Bears und Lions könnten so ziemlich gleich auf sein dieses Jahr. Mal gucken. Saints vielleicht zu gut eingeschätzt. Tampa vermutlich zu schlecht. Die beiden am Ende vermutlich auch zu schlecht. Aber ich halte einfach nicht wirklich viel von beiden Teams zur Zeit. Cowboys 12-5 könnte wieder so ein Klassiker sein. Giants vielleicht einen Ticken zu gut. Gerade im Verhältnis zu den anderen beiden in der Division. Aber hey, bin ich vielleicht Optimist. Und müsst daran denken, dass ich riesiger Don Martindale-Fan bin. Dann hier Rams, 11-6, glaube ich voll in Ordnung. 10-7, Cardinals, 9-8 vor den Niners. Auch wieder 3 aus einer Division reingekommen. 4-13 für die Hawks ist ärgerlich. Aber muss man auch wieder daran denken, dass die ohne Russell Wilson spielen. So, Draft-Reihenfolge. Falcons, Panthers, Texans, Jaguars, Bears, Hawks, Commanders, Eagles, Steelers, Jets, Raiders, Pets, Lions, Bengals, Vikings, Bucks, Giants, Ravens, Titans, Dolphins, Rams. Wisst ihr was? Wir tippen mal einfach noch die Playoffs durch. Jetzt kommen wir aus Spaß. Das gewinnen die... Wissen wir, die Codes sogar. Das gewinnen die... Choken die in den Playoffs? Ne. So und so. Ich bin in Cleveland. Uh, ich bin in Cleveland. In Cleveland? Egal, nichts Scher. Und denkt bei den Browns dran, das ist eine Deshaun-Watson-Prognose. So, hier gewinnen die Rams, hier gewinnen die Cowboys dieses Jahr. Hier gewinnen die Saints. Habe ich immer den höheren Seed gewinnen lassen? Ja, ist ja langweilig. Na egal. Nevermind. Hier gewinnen jetzt auf einmal nämlich die Chargers. Hier gewinnen die Bills, hier gewinnen die Rams, hier gewinnen die Saints. Bills, Rams, Bills, Zack. Die Bills gewinnen den Superbowl bei mir. Ihr habt das zuerst gehört. Hatte ich letztes Jahr die Rams mit dem Superbowl-Sieg? Kann das sein? Falls ja, dann freut euch Buffalo-Fans. Let's go. Es sind gefühlt nicht viele in Deutschland, aber die, die es gibt und die die Videos gucken, freut euch. Alles klar, das war's mit dem Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Lasst mich wissen, ob ich es nochmal machen soll, kurz vor der Saison und dann vielleicht ein bisschen die Unterschiede vergleichen oder sowas. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn ihr neu seid, nichts mehr verpassen wollt in Zukunft, dann abonniert einfach. Und ich hoffe, wir sehen uns alle im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.